Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Invertmaster. Wir sehen Belgien als Benchmark-Test, meine Liebenfreude. Ich mache das ja immer mal wieder. Wir fahren nächste Woche Sonntag. Ich muss kurz auf euren Spielzeiten gucken. Am 21.11. um 16 Uhr fahren wir 100% Belgien. Und ich habe es ja immer mal wieder gemacht, dass ich gesagt habe, ich zeige euch mal eine Runde. Ich zeige euch mal, wie fährt die KI oder wie auch immer. Und ich habe gedacht, jetzt machen wir einfach mal so einen Benchmark-Test. Ich spiele auf WQHD, auf Ultra-Settings, alles hochgeklatscht mit allem drum und dran. Und man hat hier solide 124 so rum, sage ich mal, bei Regen. Man könnte natürlich gucken, dass man vielleicht nochmal schaut, dass man die Zuschauer zum Beispiel ausschaltet bzw. runterschaltet. Weil ganz ehrlich, so schnell wie du da vorbeipest, macht das eigentlich auch keinen Sinn, die da irgendwie auf volle Pulle machen zu lassen. Und hier siehst du jetzt zum Beispiel auch in der Ansicht gerade läuft das auf jeden Fall. Ruckel frei. Wenn du also auch Bock hast, hier beim 100%eren dabei zu sein, bewerb dich auch gerne im Discord. Dazu gehst du einfach bei uns im Discord-Server rein. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Dann nimmst du dir die Formel-1-Rolle. Das ist ein kleiner Kick-Roller. Und dann siehst du einen Infokanal. Und dann siehst du auch einen Post, sage ich mal, mit Belgien, mit einem Screenshot, wie die Streckenübersicht ist, bzw. wie viele Runden das sind. Es müssten, glaube ich, 44 sein. Und auch die Rundenzeit, wie sieht das im Trocknen aus, wie im Nassen und, 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 und. Ich besonders freue mich sehr auf 100% Belgien. Das ist eines meiner Lieblingsstrecken tatsächlich. Und ich habe beim Valle Gaming, ihr müsstet ihn kennen, Valleus Knallus, das 50%-Rennen mitgefahren. Im fünf besten Autos war der Ferrari. Und habe da ganz knapp den dritten Platz verpasst. Und habe da wirklich sensationell abgeschnitten. Das war schon, das war schon sehr, sehr geil. Und ich hoffe, ich kann meine Leistung hier nochmal toppen. Gucken, was kommt. Und jetzt haben wir eigentlich einen Benchmark-Test gemacht, wo ich die ganze Zeit gesappelt habe. Gönnen wir uns noch die letzten Sekunden. Ich bedanke mich. Ich bin raus. Wir sehen uns im Discord, bzw. im Rennen. Wie gesagt, am 21.11. um 16 Uhr. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet oder sogar mitfahrt. Euer Marcel. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.